da haben wir 84 sich trank timeout leute timeout wir müssen noch elixieria so was gibt es hier vorher schaden vorher schaden sagen so hat sich ja viel schaden als feuer schaden ja dann nehme ich meinen trank das feuer widerstand ja gut dass die alle distanz angriffen machen dann kann ich mich ja nicht heilen vernünftig ich kann zweimal mein torstoß einsetzen sehr gut ich habe immer das ding hier naja nur mein geld hier sind eine menge gehen ab ich komme zu mir ich da wo die gegnerin versorgen also willst mir helfen ich bin noch nicht bereit wird doch viel geld haben wir nicht ein weniger jünger der mutter ich war noch mit meinen drei lichtern mich herum ja ich weiß uns im weg rot bedeutet stehen grüpp bedeutet gehen jetzt habe ich ein großes licht ok ja meine beiden todesstoße jetzt ist er hier ich schreibe ich dich zurück war ok ok ja muss er in den gerannt ich brauche zeit um das zu tun mein abhängen zeit auch so gesetzt jetzt bin ich so eine kleine schlange erledige also nicht du hast ja schon getötet kommen wir ein stück naja ich glaube nicht ich bin ja ich war auch voll viel schaden genommen ich weiß nicht wodurch ja ich gehe mal hier hoch ja ich war auch beinahe gestorben hat voll viel schaden gemacht ich weiß nicht was du wirst du ich habe mich dieser kleine feuer war nicht getötet wenn man diese ringe haben so viel schaden gemacht ich kann auch er wird schon sagen man nehme ich kann mehr gegner ich bin noch nicht bereit aber ja okay über die heulflut ein negativer effekt den wir haben nochmal nachgucken hier abklingt zeit von tränken wir bei unserer ja ich weiß wenn wir von den distanzangriffen getroffen werden haben wir geringere abklingt bei mir aber gar nicht angezeigt ich habe da so ein stundenglas habe ich da über meinen erfahrungsbalken so ein rotes weil ich auch nicht getroffen wurde so lange hält hat noch ja da war klar er tötet euch indem er mich angreift man sagt ihr blutstein ich habe ihn jetzt die macht der macht so ein bisschen ja mein gott hat er hat viele geld bei sich also den brief ja ja wenn du witzig aber es gehört und der sohn hat voll viel geld in das unerschütterlichen händen die drei mäßigen platz zurückbringt dann kommt der das war wir müssen jemanden rufen in ritual dann werden wir löst oder irgendwie so weit ich bin auch nicht bereit da ich bin noch nicht bereit das sagt um der ich schalte ich weiß nicht wie man das ausspricht haben aber glaube ich ja okay ja ich gezogen ich muss machen in seinem bahn das letzte ding da mein ding ist dann schwittig ich nehme an einem blutstein kommt dort tempel den haben wir letztes mal gemacht glaube ich ja im platz okay Okay. So. Oh. Ich bin noch nicht für mich. Oh. Hier drüben. Hilfe! Ja, ja, wir kommen schon. aber ich sehe gerade diese roten dinger die kreise des todes gefallen mein gott dann schalte ich bin einer gestorben ja einmal die bitte ich hätte gerne einmal brodelt so muss ich noch ein eigenes darum aber noch nicht warum haben wir noch was nicht erkundet jemand da ist noch ein eigenes überfahrungspunkte und sonne er muss ja nicht sein dass ein eigenes ist also ja da muss ja nicht sein ob wir machen müssen wir doch machen müssen wir da ist aber nichts anscheinend ist leider nicht immer überall erregnet noch der unterricht ist auch noch was ganz unten rechts ist noch ein gebiet glaube ich ja wenn die von gegnern umzählt war hier ist auch nichts senke des elends da ich habe keinen platz destillierte vor ich erwarte mal brauchen wir auf irgendwas umstand naja destillierte furcht ich habe keinen platz mehr meinen taschen und schmeiße ich dann jetzt weg mal eine gute frage weg damit nach elixir des schmettern sie muss ich aufheben genau noch gegner hätte ich einfach trinken können dann gehen wir einfach raus nach ok war wieder ziemlich lasch der dann schon ganz ehrlich die war noch ein level hören ich habe mit 35 also haben wir da versuchten matrosen so flog wird man aber das hat ja noch mal das war der fahrt der blinden da machen wir matrosen zu flucht level 35 wird schon klappen kampf gestehe treibender schatten schnelle monstern von monster regeneration monster widerstehen überweiterung ok ok wenn die raus teleportiert ich kann nicht so oft ausweichen entschuldige mich mal ich muss mal meine kurz meine sachen warum fühlt sich das irgendwie so voll in charakter an ja so wir gehen irgendwie durch so einen dann schon haben irgendwie gar kein problem sobald war da draußen gehen ich finde ich gerade wie so eine legendäre abenteuer der irgendwie schon die welt gerettet hat und dann irgendwie gestorben ist weil er die treppe runter gefallen hat ja war mein mal der platz zu meinen so viele sachen der flüstern eine schüssel beben in der hand gurgelnder kopf boshaften herzen werde ich mir irgendwie eine andere tasche oder so sein ich muss echt weniger tränke haben wir okay immer zum dungeon wo bist du war der blinden den ich fahrt der blinden matrosen zu flucht alarm alarm feier auf dem futzdeck auf dem futzdeck auf dem futzdeck so hat ein aspekt hier mit dem mehr skeletten irgendwie rein den hol ich jetzt mal raus ich sammle die ja also ja ich mache auch mal paragon direkt weil ich da nur so ein paar plus 7 geschicklichkeit ja sieben warum nicht das besser als fünf war noch treffer chance ok und hier war dann meine ja weil man zerreifen schneller an ob gott die können sich heilen wir haben den schatten irgendwie sehe ich den aber nicht ich habe gleich mal getränke aufwählen sollen ja das jetzt 35 also jetzt hier nicht herausforderung ist aber ja auch nicht so viele gegner sehr viele gegner oder ist noch ein bacher glaube ich ja ich habe ihn erledigt ich habe schon wieder kein tränke noch ein bisschen zurück ein bisschen zurück war weiß nicht ob ich den bau gerade erledigt hatte als darin gestürmt bin ja ich bin sowas von tot noch kein trank mehr da war ein bisschen mieses timing okay es ist die erste begegnung ja wir haben uns schon überwandte manche keine trinke zurückbekommen wird kann man nicht immer zurück wenn man nie wieder blöd doch nicht schon aber auch gekommen naja zum bach hatte ich gerade in den stadt nicht so eine gute idee nein ich habe nur ein trank einmal schon mal kröpfen und sehen ja vor war der schon mal weg das leben ist irgendwann gar kein schaden irgendjemand ist ja noch am waffen glaube ich nicht mal die kleinen hier sagen ja 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 du kannst die töten ich kann die gar nicht töten aber wird hier so weit von übernächste aber ein bisschen zu viel vorgenommen ich habe mich eigentlich damit also ich mache den gar keinen schaden aber 34 waffen wir haben unser sprung also auch fünf level höher als aber schon wieder so ein feuer typ natürlich auch gleich ich krieg hier die ganze machte sachen also der lott ist natürlich was alles klar aber nein okay muss dazu sagen wir haben noch zwei übrig wir haben noch zwei übrig mit einem unnötigen ist mein trank ja ist immer noch so ist der typ ist er gestorben ja er hat explodiert also hat er zum wellen auf so gemacht dann gehe ich nicht auf den los geht auf mich los ich sage euch aber den stinken die fahrer sind tot Papa, ich glaube nicht. Ich bin wirklich in der sachen gerade jetzt nicht so steine wieder blitze dann ja bis jetzt habe ich überhaupt kein bei sachen gar kein schaden bei den ich bin nicht bereit wir haben aber kein buffer Ah Why it's for the only naja wo ich hingehen jetzt eine explosion habe ich schon wieder von zustand reduzierte überwältigung also regeneration die haben erhöhte generation ja ja einfach sogar in gerannt jetzt bin ich jetzt bin ich 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 arbeiter gelesen also auch da kommen die dreckarbeiter da ist so hat mit dem feuer bist du mit dem feuer das weg jetzt wird er schneller nein so zerstört meeresgöttin wenn man nach unten hat von den kriegen wir da oben von dem altar mal gucken erst mal wir sind da gestorben wenn man das augen gestorben bevor ich da hingegangen bin also eine skelette und querschläger ich bin nur hingekommen auf einmal ist ein trank gedroppt irgendwo auch ich gehe so was von unten was macht auch viel was so viel kaputt wie möglich mit diesem effekt so klar ich will die ganze zeit die messerchen ob die werfen auch schon dort so okay ja so eine statue kaputt machen müssen ich habe die ganze zeit meine messerchen auf die geworfen was er hat denkt schon aktiviert sehr viel gold rausgekommen naja so okay ja leute okay schild ich bin noch nicht nein ich habe irgendwie so eine grüne will habe ich gesehen ja ich habe da nichts dagegen hat hier in der nähe des bundes abhängen naja die sind schon tot nein habe ich habe irgendwie eine flutwelle geht gegner ich glaube mein trank ist abgelaufen ja was für einen trank wären ja gut nehmen wir mal ich will jetzt mal meine ganzen schwachen elixiere weg machen ich habe jetzt also gute schattenwiderstand in diesem blöden ding und verfolgt und paragon da hole ich mir eine gute frage und nehmen wir dann hier noch ich habe keine ahnung jetzt irgendwo geschicklichkeit plus 7 noch wenn es kraft plus 7 warum nicht so hier muss man so eine statue kaputt hauen und auch die meeresstatue ist auch elite ich habe ich habe nicht so viel schaden gemacht ich war das nicht den von ihm weggelaufen aber ich mache ihnen so gut wie gar keinen schaden in einem skelett oder ein golem oder so nämlich ich habe gesehen wie ich war mir weggelaufen bin von dem format irgendwie fast gar keine api mehr gehabt gefängnis von kalium ich hätte mir mal den brunnen auf so so aber ja ich habe schon wieder nein ich habe schon wieder so eine flugfelle war gerade da runter rennen kann wie eine ball aufschlangen ja genau der ja ich weiß nicht warum dieser angriff ich habe den gegner nicht mal ganz gesehen ich habe nur noch die blutwelle gesehen und habe ich schon warum du hast du feuriger typ war heiliges vor nichts heiliges vor was vermächtigen jetzt ich kenne nicht so viele vermächtige sachen ich habe sehr viele vermächtigte sachen jetzt in den ganzen jetzt die letzte stator aber von beiden da kann von dem ding ja man von dem feld würde mich von dem fernhalten ja aber nicht von der flut das ist nicht wahr das tut mich manche hatten die scheiße und jetzt wer macht die ganze schreibt so lange den scheiß schild hat auch der geld an ein stück ach da setzt sie zweimal internen aua wir bringen uns dann um so hatte ich kommt ja was wir mit dem müssen wir nicht erledigen also rennen wir einfach weg ist aber schon wieder zum kratzen rennen sofort weg der kommt hinterher müssen wir weiter reden wenn wir so lange bis da irgendwie weg ja also weg wird vertagt das eingehen natürlich noch viel einladen auf den ganzen waffern und so ich weiß gar nicht was irgendwie umbringend ich sehe immer erst im bellen habe ich nur gesehen dadurch ich war ich dir aber immer aus und dann irgendwie glaube ich ein paar sekunden später da bin ich tot nicht die welle als irgendwie weil er nicht ja ich auch aber ich war außer aus der reichweite und dann dann bin ich euch irgendwann anders gestorben ja ich glaube schlussball boden gleich mal getränkt mal hoch hoch ein bau leider schon wieder so einer ja wunderbar ich kann ihn nicht angreifen wo ist der rest von euch weil sie hier stücke wo seid ihr wo seid ihr stück ganz schön wieder so ein typ im blut ich bin noch nicht mehr natürlich könnte er sich auch noch teleportieren aber wir sind schon tot wer bist du eine gute idee war von mir ja 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 da geht man genau in schatten weg alle weg wir sagen wir haben nicht umsonst gerettet ich kann nicht der stufe 38 das ist einfach als nächstes machen ablegen ich will es mal wissen welches level das ist 36 hier hinten wo müssen wir jetzt hin hier nein wie gesagt mir nicht machen werden angebracht ich bin auch nicht Komm schon Okay Ich bin auch nicht bereit Hm Wir machen auch gar keinen Schaden Ich bin auch nicht bereit Ich bin auch nicht bereit Ich bin auch nicht bereit Und wo Oh, wir haben es geschafft Ja, das war aber knapp Wurter machen wir eben Ich habe schon wieder keinen Platz Oh, Daniel, das ist er Erhalte 1540 Rüstungen 11.000 Dornen Okay Ja Ganz einzigartig Ja Klingenplatte ist auch bei mir Mehr als das Klingenplatte Klingenplatte Ja 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 Dann pack ich eben Meine Ahnung Hier Ich muss mal eine Rüstung machen Ich gehe mal gucken, ob der Brunnen eine Falle war Also, nee, ich habe ihn ja Ich habe ihn ja Ich habe ihn benutzt Das war keine volle Ja 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 Ich weiß glaube ich Ja 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 Also, wir haben von nach Hause gegangen Ja Hier, weil er glaube ich Ja 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 es hat er ein schild aber aber stück rache rache wir haben uns gerecht also hat nur ein bisschen länger gedacht ja ja mal legen wir uns mal was für als nächstes machen wird von der 35 schon ganz schön heftig ist so den letzten brestel habe ich auch in mich aufgenommen dann habe ich die volle macht absorbiert mit dem ganzen goldenen zeug ich habe hier sehr viele vermacht